Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Kurzes Video, wenig Lebenszeit, hoffe ich mal, ich verquatsche mich ja gerne, aber ich versuche es mal kurz zu halten. Und zwar habe ich meine Node für das LM Studio aus dem letzten Video geupdatet und zwar benutzt das jetzt nicht mehr Requests, also eine Standard-Library von Python, sondern das LM Studio Python SDK. Und das ermöglicht ein paar tolle Neuerungen, die möchte ich euch in diesem kleinen Update-Video mal zeigen. Sprechen tue ich über diese Node hier, die kennen wir aus dem letzten Video. Schaut euch das auch gerne an, weil wir werden nicht auf alles hier eingehen, das habe ich alles im letzten Video schon erklärt. Es gibt aber ein paar Neuerungen. So, als allererstes sehen wir hier oben einen Image-Input. Der dient dazu, dass wir jetzt auch Bilder an Vision-Enabled Models schicken können. Das machen wir aber später hier im Video. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Draft Model, das heißt Speculative Decoding, ist jetzt auch unterstützt. Was das genau ist, habe ich in meinem eher längeren Video über LM Studio erklärt. Sehen wir gleich auch nochmal im Einsatz. Und eine weitere Neuerung ist, dass Unload LLM jetzt auch im Netzwerk funktioniert, wenn wir eine LM Studio Instanz woanders laufen haben. Das sind so die Neuerungen. Ich zeige euch nochmal eben schnell, was ich überall meine. So, wir nehmen mal einen Prompt. Ich nehme einfach mal AcuteCat. Da mache ich mir jetzt keine großen Mühen hier. Könnt ihr eintragen, was ihr wollt. Und wir gehen erstmal auf die lokale Variante. Und da wähle ich mal als Beispiel ein Quen 2.5, aber ein etwas kleineres Model jetzt hierfür, weil ich auch noch die Videosoftware laufen habe. Aber wir nehmen mal hier das 6,8 GB große Coder 14B Instruct. Laden uns hier oder kopieren uns den Identifier einmal rüber. Der kommt in Model Identifier rein. So, dann lassen wir uns das Ganze auch nochmal anzeigen. Nein, das war der falsche. Entschuldigung. Den da drunter wollte ich. So. Und machen das mal groß. Und dann lasse ich es mal laufen. So, das kennen wir schon aus dem letzten Video. Jetzt wird das Model in LM Studio geladen. So, es wird ein Text generiert und den sehen wir hier. Das ist der Prompt, den jetzt unser Model erzeugt hat. Für das Draft Model. Wir können jetzt hingehen und hier mal unter Inference gucken. Hier unten gibt es Speculative Decoding. Wie gesagt, da bin ich in meinem LM Studio Video drauf eingegangen. Und hier werden mögliche Models vorgeschlagen. Ihr könnt auch hier dann auf Retowered Works klicken und ein... Ihr kriegt dann hier Vorschläge. Das habe ich geladen. Das wäre auch noch ein Vorschlag. Die könnt ihr laden. Aber hier sehen wir, das ist das Coder 0,5B Instruct. So. Wenn ich das jetzt hier auch mal suche. Coder 0,5B Instruct. Dann ist das das unter 400 MB große Model hier. Auch hier nehme ich den Identifier. Copy. Und Paste. So, ich schmeiße das Model nochmal raus. Ich weiß nämlich nicht, ob es on the fly geht. Das hatte ich noch nicht aus den Logging Nachrichten sehen können. Wenn ich jetzt allerdings Run drücke, dann... Das habe ich gesehen. Es wird referenziert. Also das kleine 0,5B Model wird dann auch mit referenziert und geladen. Und wir haben jetzt ein, ja, wie hat man so schön gesagt, 30% schnelleres Encoding für unsere Prompts. Gut. Das ist eine Neuerung. Ich nehme mal den Prompt hier weg und sage mal, ich möchte ein Bild laden. Und dann nehmen wir einfach mal das hier. So. Schmeiße das rein. Wir nehmen das Draft Model einmal raus. Und jetzt möchte ich hier ein Vision Enabled Modelt haben. Wobei, das werde ich direkt im Netzwerk machen. Das hier ist meine Linux Maschine. Ihr seht, hier oben ist unter einer anderen IP. Und ich sage jetzt, ich möchte hier mal das Lava Model laden. Steuerung C und Steuerung V. Und nicht Local Host hier, sondern meine lokale IP Adresse. Ich feuere das mal ab. Wir gucken mal eben auf die Linux Maschine. Wir sehen, das Model wird geladen. Das ist alles auch nichts Neues. Der Prompt wird generiert. Wir sehen jetzt aber hier, dass wir einen Prompt für das Bild, was wir reinschicken, erhalten haben. Oder eine kleine Beschreibung. Das kommt natürlich immer darauf an, welches Vision Enabled Model, und die erkennt man hier an diesem kleinen gelben Auge, ihr dafür benutzt. So, wenn ich jetzt hier einmal Unload LLM mache, wir sind immer noch im Netzwerk, und ich sage Run. Dann wird generiert und das Model wird wieder rausgeschmissen. Wenn ich jetzt nochmal wieder Run drücke, dann sehen wir auch im Netzwerk, das Model wird geladen. Es wird generiert und es wird rausgeschmissen. Das funktioniert jetzt auch netzwerkübergreifend, was sehr schön ist. Was wir jetzt natürlich damit auch sehr schön machen können, ist, ich nehme hier nochmal wieder Local Host. Und wir nehmen hier nochmal wieder ein, jetzt nehme ich mal, ähm, nein, wir machen es andersrum. Entschuldigung. Ähm, so. So und so. Wir bleiben mit dem Lava Model mal auf der Linux Maschine im Netzwerk. Lassen uns hier den Output einmal angeben. Wir nehmen aber eine neue LM Studio Node dazu. Schleifen das einfach hier durch. Und ich mache mir mal zwei Kopien von der Display AnyNode. So. Und so. Und ich sage jetzt, ich möchte hier lokal einmal DeepSeq benutzen. Kopiere mir den Identifier. Haue den hier rein. So. Ne, jetzt haben wir das einmal alles aufgeteilt hier. Das heißt, ähm, die Bildanalyse findet jetzt im Netzwerk auf der Linux Maschine statt, während die Erweiterung dieses Prompts hier lokal stattfindet. Und ich lasse das einmal laufen. Wir gucken ins Netzwerk. Es wird geladen. Und es bleibt auch im Netzwerk. Wir gucken mal auf die lokale Variante. Hier wird DeepSeq geladen. Das dauert ein bisschen. Moment. So. Es wird generiert. Und wir haben einen Extended Prompt. Was wir jetzt im Prinzip gemacht haben, ist, wir haben dieses Bild beschreiben lassen hier auf unserer Netzwerk Maschine. Haben das durch ein lokales Model gejagt zur Erweiterung des Prompts und kriegen jetzt diesen Prompt hier unten ist abgekattet. Das liegt an den Max Tokens. Habe ich alles schon im vorigen Video einmal erklärt. Und hier unten sehen wir den Thinking Block von DeepSeq. Falls es jemanden interessiert, der kommt hier aus dem Reasoning. Gab es vorher auch schon alles. So. Jetzt könnten wir natürlich hingehen und sagen, bevor das alles hier erstmal stattfindet und ich bin nur lokal oder so unterwegs oder teillokal, dann könnte ich hier sagen, schmeiß mir mit dem Unload Comfy Models die Bildermodels von Comfy UI raus. Entweder hier oder da. Hier wäre es ja noch nicht so nötig, weil wir hier noch im Netzwerk sind. Aber hier, wenn wir auf localhost unterwegs sind, könnte man ja sagen, okay, die Bildmodels müssen erstmal weg. Ich habe nicht so viel VRAM. Und danach möchte ich auch wieder meinen DeepSeq rausschmeißen. Wir können aber auch theoretisch jetzt sagen, wir haben jetzt eine Kombination von, ich schmeiß das hier mal, obwohl, nee, das können wir drin lassen. Und wir nehmen hier auch mal einfach auch eine kleine DeepSeq Variante, damit es einfach jetzt schneller lädt. Und die packe ich jetzt mal hier in die Bildanalyse rein und sage hier auch, ich möchte das Ganze in meinem lokalen Netzwerk feuern. Obwohl, ich schmeiße hier doch nochmal raus, dann sehen wir nochmal den ganzen Ablauf. Das hat natürlich dann den Charme, dass ich hier jetzt sagen kann, okay, wir möchten das Bildmodel, was im Netzwerk läuft, laden, analysieren, wegschmeißen. Und im Anschluss möchten wir dann das Prompt Enhancing Model, so nenne ich es mal, laden und danach auch wieder wegschmeißen, weil irgendwann kommt ja auch wieder das hier. Obwohl, hier bräuchten wir es eigentlich wahrscheinlich nicht, weil die Note das triggern wird. Aber solche Kombinationen sind dann möglich. Und wenn ich das jetzt mal laufen lasse und wir gucken auf die Linux-Maschine, dann sehen wir, dass das Vision-Enabled-Lava-Model geladen wird. Es wird weggeschmeißt, weggeschmissen, weggeschmeißt. Danach wird unser DeepSeq-Model geladen. Es wird generiert. Was ein bisschen länger dauert, die ist nicht so kraftvoll, die Maschine. Und das war sehr, sehr dürftig hier. Ist aber auch nur ein 1,5b-Model. Aber der Sinn und Zweck dahinter ist, glaube ich, klar. Das heißt, wir können auch alles auslagern, komplett ins Netzwerk hierhin. Und müssten in dem Fall, das sieht man hier unten schon an den beiden Falls, nicht mehr die Conf.UI-Models wieder entladen, sondern die Build-Models könnten geladen bleiben. Also wir könnten uns Ladezeiten für Flux oder Stable Diffusion 3.5 oder sowas einfach sparen, indem wir alles outsourcen im Netzwerk und dann sagen, ja, nach und nach verkettete Models werden geladen, machen ihre Arbeit, werden weggeschmissen, werden geladen, machen ihre Arbeit, werden weggeschmissen. Und ja, so funktioniert das jetzt alles. Ich finde, das sind ein paar schöne Erweiterungen, die jetzt möglich sind durch das Python-SDK. Mal gucken, was da sonst noch so kommt. Ich habe hier und da ein bisschen gestruggelt mit der Dokumentation, obwohl die eigentlich recht gut ist, vergleichsweise zu anderen. Aber es befindet sich, glaube ich, auch noch immer weiter in der Entwicklung. Die Note ist jetzt inzwischen auch hier im Manager verfügbar. Hier seht ihr es. Das war auch nicht so schwer. Ich habe hier noch die 1.0.0 drin. Es wird jetzt bald die 1.0.1, sobald ich meine Änderungen gepusht habe. Und dann stehen euch diese ganzen Erweiterungen hier auch zur Verfügung. Ja, funktioniert wunderbar. Macht Spaß, damit zu arbeiten. Und kleines Update. Viel Freude hoffentlich. Habt viel Spaß dabei, es nachzubauen und selber auszuprobieren. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht es gut. Und tschüss. 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 Vielen Dank.